Kimmich über harte Zeit in Leipzig Joshua Kimmich berichtet auf der Internetplattform The Players' Tribune von einer der härtesten Zeiten seines Lebens in Leipzig. Er habe schon eine Leistenverletzung gehabt, als er zur RB kam und wusste nicht, wie lange die Reha dauern würde, schreibt Kimmich. Der Jungstar habe die Stadt nicht gekannt und konnte seine Teamkollegen wegen der Reha nicht kennenlernen. Er habe sich so allein gefühlt, klagt Kimmich. Das Wichtigste für einen Fußballer sei ein Manager und ein Trainer, der an einen glaube und einem vertraue, so Kimmich. Diesen habe er vor allem in Ralf Rangnick gehabt. Müller vergleicht Trainer Thomas Müller hat seinen Ex-Coach Pep Guardiola mit seinem neuen Trainer Carlo Ancelotti verglichen. Der Italiener habe etwas mehr Nähe zu den Spielern, er habe eine gute Art, mit ihnen umzugehen. Im Vergleich zu Guardiola sei er etwas menschlicher, sagte Müller der Bild. Der Spanier sei schon so ein bisschen in seiner eigenen Welt gewesen. Er habe den ganzen Tag überlegt, wie er den Spieler in einer Spielsituation noch zwei, drei Meter verschieben könne, um eine perfekte Lösung zu finden. Das sei positiv verrückt gewesen, so Müller. Mario Götzes Pflichtspiel-Comeback bei Borussia Dortmund verzögert sich. Der 24-Jährige wird dem BVB beim Bundesliga-Auftakt gegen den FSV Mainz 05 fehlen. Der Nationalspieler hat mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen, deshalb wird er auch die beiden anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland und Norwegen verpassen. Man werde bei Götze kein Risiko eingehen, sagte Trainer Thomas Tuchel. Watzke stichelt gegen Mkhitaryan. Unter lauten Nebengeräuschen ist der Armenier im Sommer von Borussia Dortmund zur Manchester United gewechselt. Ein Deal, den bis jetzt öffentlich vor allem sein Berater Mino Raiola so wollte. Man habe immer das Gefühl gehabt, dass Mkhitaryan beim BVB bleibe. Die Legende, dass der böse Berater den Armenier zum Wechsel getrieben habe, sei nicht wahr, sagte Watzke der Watz. Der Mittelfeldspieler sei kein übler Kerl, gelogen habe er nicht im klassischen Sinne. Aber es gäbe eine Zone, in der man aus Worten das eine und das andere interpretieren könne, so der Geschäftsführer. Die Europa League stand heute im Zentrum des Grimaldi-Forums in Monaco. Gestern Champions League, heute Europa League. Und es ging natürlich wieder um die Auslosung. Und die Vereinsvertreter standen schon wieder Schlange bei den Pressevertretern, um zu kommentieren, was sie denn zu ihren Losen sagen. Die Deutschen, diesmal mit zwei Vereinen dabei, Schalke 04 und Mainz 05. Zwei Gruppen, die, ich sag's mal, möglich sind. Die Schalker mit Krasnodar, mit Salzburg und mit Nizza, Mainz mit Gebele, mit Anderlecht und Sandettchen. Ich zitiere Harald Strutz, dem Präsidenten von Mainz 05. Der hat nämlich gesagt, es ist für die Fans was Schönes dabei. Zwei Vereine, wo man gut hinkommt und ein Abenteuer. Also gute Lose hier heute bei der Europa League in der Gruppenphase für die deutschen Teams. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.